da war es ja wir müssen seine Augen kaputt haben er der Sitzau Geil aus so mal ehrlich so ich finde seine Beine zu erotisch er 6 das war das alles angekostet ich habe gerade geblinzelt wo ich hab hier im Astor jetzt Wow erholt 22 ich mache mit beiden Schlagen 36 24 also gut du darfst auch wieder den Rennknopf ja genau also das Spielprinzip ist schon klar er hat sogar keine Chance der Wolle Lebenserzeugen wir haben wir sehen das an seiner Augen ich glaube ein Auge geht aber jetzt schützt er sich Achtung er sich ansetzen nicht anreffen jetzt wieder er zu voll der Betriebe jetzt Kasse er seine Säurekacke hier auf und alle er schiedet er schiedet in solchen Achtest du auf die Heilung erlangen vorhanden Prozent Wiese ja also ich glaube ich glaube er verliert ein Auge wenn wir so sein Leben und daran haben und wenn beide weg sind haben in der Mitte der Mann kann ich bin er vertraut das ist ja genau ist es so und so ist aber nicht gut auch einfach nur auf diese das ist ziemlich stressig das Heidelberg Magier zum Beispiel der Eltern hält das immer anders das Spiel hält immer an bei jeder Scheiß-Zauberanimal das ist halt hier ein echter Nachteil was macht er auf mich gerade der macht auf mich sie sind ich wollte Gottes Zorn macht er auf mich okay das ist ja das ist okay das kann ich habe noch verkraft ich habe die Qualität des Spiels das halte ich voll aus jemand und ich habe gleich wieder grün er heilt sich er heilt sich er hat ein Auge verloren ich habe es prophezeit ist eingetroffen eingetreten ich trage die sich er hat sich er getroffen na gut eingetreten vor Ort da trifft von der Hammerfassung aber auch warum der macht Gottes Zorn auf mich er hat er hat mich oder Gott hast mich je nachdem alles beides alles beides ich bin diesmal als du nicht das Heidelberg war eine Fresse sehr supervoll und ich bin dieser ja das ist nicht doch ja gut man der Name ist dann alles hätte ich er will er will er sich nicht mehr er hätte ich dort vor allem ist es nicht mehr was was im Raum ich habe ihn getötet du hast ihn getötet Blastet er will die Töte ich bin der rote Tüte von seinem Auge stand nein man man sieht Draco noch leuchten das ist ich das ist Lastet du kriegst das ganze Gold ach so ok nein nicht du Draco weil er sei weil wir auch kein Gruppengold haben vor allem heißt es Lüge ist alle unsere unser Geld heißt Lüge das muss man auch mal auf sich wirken lassen das ist nochmal so ein bisschen nennen liebe Zuschauer falls sie jetzt was ist das schon lasst uns kommentare da die Spreche ich jetzt aber nicht so dass die Masse was solltet ihr für ein Akzent das kann er ja so ein Wolken Akzent das so ein Wolken Akzent so ein Wolken Akzent Ok wir reden Wolken Wolkenreden 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 Nein komm das ist scheiße ich bin die nach der ihr gesucht habt ich werde von diesem Ding du musst omnipotent klingen kling omnipotent ok ich bin die nach der ihr gesucht habt ich werde von diesem Ding festgehalten Pausen endlich bin ich frei die Fee hat mir von euch erzählt ihr habt noch viel Arbeit vor euch bitte nicht einschlafen ich bin genau wie die Fee ohne Mana kann ich nicht leben also helfe ich euch Mana zu retten ok 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 kannst du uns sagen wo der Mana stand das Licht ist es er ist ist gleich über uns das dauert so lange aber wir können ihn von hier aus nicht erreichen die Phase war so schlecht keine Sorge er ist momentan in Sicherheit so lange die Kraft des Mana besteht bitte du machst 50 Parts mehr draus ganz ehrlich lasst uns meine Freunde finden und dann ins Heilige Land einverstanden komisch ich will das dir ernsthaft zu machen und ihr lacht dich aus es ist einfach nur geil es ist wie damals im Kindergarten ausrufezeichen Fragezeichen wieso was ein Loch ist das eine Abkürzung wir gehen einfach wir lassen es zusammen mal wir gehen einfach rein ein Loch wir haben ein Loch gefunden und denken ah ok komm das ist bestimmt eine Abkürzung zu der einen wo wir hinwollen das ist eine Abkürzung zu den Zombies ey Mann irgendwie ich krieg nicht mal einen Strahl aufgeladen ne ich auch nicht wieso bloß weil ich immer so hechte nach einem Schlag wieso wusstest du dass es lang geht ooooh was musst du tun Geist 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 weißt du was heißt das soll ich Laterna oder Fehl benutzen Laterna ne Fehl ist viel ich will Fehl benutzen ich weiß überhaupt nicht was das macht was du machst du suchst dir einen Geist aus der dir in dieser Situation helfen soll helfen könnte helfen könnte helfen soll und Fehl weiß was hier zu tun ist und jetzt ausrufezeichen hey was soll das irgendwie ist direkt gestorben das ist Luca macht ihr habt die Barriere um Wendel gesenkt ich danke euch die Invasion kann nun beginnen ha 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 ja auch so schön lass uns gehen dass du den Akzent gemerkt hast von Luca ich hab einfach irgendeinen gemacht man das war derselbe wie letztes Mal ja man er passt einfach zu dem Luger weißt du weißt du genau was soll ich machen einfach gar nicht wir sind alle tot oder was wir sind alle tot oder was Sorry Spiel ist vorbei Spiel vorbei das war's das war's das war's den Sturz kann keiner mehr verlieren wir sind schon wieder tot das letzte Drunk ist vorbei das Spiel weißt du die Programmierer hatten einfach keinen Bock mehr und ich sag' okay okay komm wir mach' jede Brücke und alle Charaktere sterben und das verkaufen wir und das verkaufen wir denn wir brauchen das Geld wer den ersten Teil kennt da fällt der Manaheld auch von einem Baumstamm runter ziemlich weit stimmt in Wasser rein ja in Wasser was das viel mehr zu überleben sind auf blanken Steinen das Wasser geht ihm bis zu den Knien oder so egal um noch einfacher zu überleben noch einfacher wenn das Wasser niedrig ist hallo ich hab mal so'n ich weiß gar nicht ob das ein Comic war ich glaub das war ein Comic ich weiß die sind sehr realitätsbezogen wo ein Typ eintaucht in so ein niedriges Wasser und wenn du eintauchst geht das zum Überleben in kniehohes Wasser ja du musst es nur drauf haben kennt man ja klar kennt man Alter wenn du so tauchst okay ich mach grad ne Handbewegung für alle Leute auf YouTube hinterlasst uns einen Kommentar wie die Handbewegung aussieht ja genau das ist ein Comic nach der Handbewegung falls ihr wisst was ich für ne Handbewegung meine dass wir irgendwie Comments haben wollen aber das ist Quatsch wir beide nicht um Comments wir wollen es überhaupt nicht wir hassen das wir hassen Comments aber es gibt aber keine andere Möglichkeit als diese die lesen wir sowieso nicht ich lese meine ich lese meine wir haben einen Comments das sind ganz viele Fees da bin ich ganz oft Fees Feen Feen Feens oh nein der Baum wir müssen so Priester welcher von denen müsst ihr eigentlich ich bin alle alle vier und den Helden finden du bist bestimmt die andere Leute oder ich bin die ich bin die Uhr du bist die U-Bahn-Fädie-Anführer 1 337 aber sie alle gleich und Gott du hast das Lied gesagt oh mein Gott Jörgmann was auch in ihrem übsten Nörthof gelandet man leider du bist in Nörthof gelandet man Nörth City Nörth City du bist die Fädie am letzten Tag noch rumfährt ich sage alle das war wieder Spoiler oder das war ja mein Gott ich ich habe es nicht ich gebe dir meine Kraft Plop 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 du bist die U-Bahn-Fädie am Ende noch durchführt ja die Epik-Fädie okay die fliegen weiter ey der Hintergrund wiederholt sich wir können auch nicht mehr der Hintergrund wiederholt sich ja du bist unsere letzte Hoffnung du hast recht das gibt's gar nicht das ist das ist ein halbes Bild das sind zwei Berge und dann ist einer zwei Berge ein Berg zwei Berge ein Berg zwei Berge ein Berg Prozent 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 wir haben das Thema ich weiß das Spiel auch noch programmieren können ja vielleicht nicht ganz fast ich hätte die Berge ballen können wenn man dir die richtigen Bilder gibt ja wo bin ich ein Leben ey guck mal da ist der andere Spieler der Schurke reden wir mit ihm man kann mit dem reden oder erst mal müssen wir machen wir hier grad spielen der befreit uns doch rauslassen wer wer äh äh schurken 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 mach mal hier mach einen russischen bleib ruhig mach einen russischen wir machen die wir haben sie nicht so mit den Akzenten jetzt reden wir ich mach einfach einen gechillten Typen drauf ein Surfer wer ist da das fand ich hier satt seid ihr alle ok ihr wart einige Zeit bewusstlos ihr befindet euch im Gefängnis von Yard Jard 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 wurde ein kleiner Fehler und nun das Gut sobald die Wachen weg sind werde ich fliehen weißt er kann es einfach danach lasse ich auch euch raus mein Name ich bin Hawk hey ruhe ich hab den jetzt einfach mal genommen hey du bist voll drin hey zieh dir das an die Tür ist offen was es war voll geschrien gerade aber alle Franzosen haben ausgemacht